Konnichi bei Anime und Game Otakus. Willkommen zurück zu einem neuen Part von Unravel. So, wir sind jetzt hier. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollen, was wir tun sollen. Ich frage mich nicht. Ähm, ja. Wir müssen irgendwas mit dem Ding hier machen, aber ich weiß nicht, wo wir das einhaken können. Weil da ist ja so ein Haken dran, ne? Und das muss ja irgendwie dazu führen, dass wir das irgendwie benutzen können, aber... Versteh nicht, wo genau. Da drinnen kann es nicht sein. Vielleicht... Wow. Vielleicht muss es... Ich kann es nicht mal mitnehmen. Das ist das Blöde. Aber es muss doch gehen. Ich verstehe es nicht. So, ich habe ja jetzt einen Cut gemacht. Ich mache jetzt direkt weiter, deswegen... Ich habe keine Ahnung, wo wir das einhaken können. Mit diesem Haken. Dings Bums. Hm. Das ist halt ein bisschen doof. Das Einzige, was wir machen könnten, ist, dass es hier vielleicht... Hm. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht hier lang? Hm. Ich weiß es nicht. Wo soll man das denn... Was soll man denn da machen? Ich verstehe es nicht. Spiel. Mob mich nicht. Hm. Ich kann ja auch nirgendwo anders denn irgendwie. Ich kann nur auf diesem Laufband sein. Und ja. Irgendwie... Ich weiß es nicht. Und wenn ich hier hingehe, ich sterbe nicht. Okay. Aber ich kann nirgendwo anders denn. Ich sehe auch nirgendwo einen anderen Weg. Warte, so. Wir können hier weiter. Achso. Toll. Super. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Ach du heilige Scheiße. Was ist das denn? What the fuck? Ich habe jetzt die ganze Zeit eine Lösung gesucht. Aber anscheinend... Hm. Ach du heilige... Ach du heilige... Ach du Scheiße. Was soll ich denn da machen? Ach. Wir müssen wieder Timing machen hier. Ah fuck. Fug, fug, fug. Warte mal. Wenn es kommt, dann... Ja, super. Das war jetzt perfektes Timing. Ich muss ja dafür sorgen, dass ich das irgendwie da, wenn es in der Mitte ist, darüber spiele. Aber ich komme da gar nicht dran. Das ist ja der Witz. Der Witz ist da. Ach so. Oh mein Gott. Ach du heilige Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Nein. Oh nein. Nein, ich sterbe. Okay, jetzt müssen wir wissen... Jetzt muss ich wissen, wo muss ich jetzt hin? Sterben wir, wenn wir jetzt da rankommen? Oh mein Gott. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh fuck. Oh mein Gott. Nein. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Habe ich schon mal gesagt? Ich hasse es. Ich hasse es. Okay. Okay, okay, okay. So, das haben wir jetzt wieder hingekriegt. Also ich muss irgendwie vorher abspringen, sonst war es das. Alles klar. Ich dachte eigentlich, wir müssen das mit dieser Böhle da machen, vorhin. Also mit dieser Lampe da. Aber irgendwie, ähm, mussten wir doch nichts machen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wie soll ich das machen? Ich kann doch nicht wegspringen. What? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich verstehe es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Hm. Ich weiß nicht, wie ich da, wie ich denn da hinkomme. Das geht doch gar nicht. Wenn ich mich jetzt runterfallen lasse, bin ich tot. Ja. Das geht nicht. Das geht nicht. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ich verstehe es nicht. Spiel! Ich hasse dich. Ja, das war grandios. Grandios. Hm. Was soll ich denn da, wie soll ich denn da hinkommen? Was blödes? Ich muss das ja immer dann neu machen. Vielleicht muss ich da rauf auf diesen... Ja, toll! Ganz gut. Ich bringe ihn nur sehr oft um. Das tut mir noch. Ernsthaft. Das Spiel... Dieses Level ist schon wieder zu kotzen. Wirklich. So dämig einfach. Welcher Idiot baut denn sowas, dass wir denn da genau langlaufen müssen? Das ist so bescheuert. Wäre ich das Viech, würde ich woanders nehmen. Scheiße. Die Idee war richtig, glaube ich, aber irgendwie... War ich zu spät. Muss ich anders machen. Ich muss das echt... Da muss man echt Timing machen. Das ist... Boah. Pass auf! Geht doch da hoch, Mann! Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt timen soll, weil das Ding, wenn ich da hochgehe, also da rüber schwinge, dann ist das schon vorbei. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt machen soll. Das kann ja lustig werden. Wir sehen das jetzt noch ein paar Stunden. Jetzt schwingt der gar nicht. Warum schwingst du nicht? Schwing doch! Der schwingt nicht! Ja toll, jetzt kann ich damit auch nichts anfangen. Ja, super. Toll. Der hat gerade nicht geschwungen. Man, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Wie komme ich denn da vorbei? Ich verstehe das nicht. Ich denke, das ist zu kompliziert. Ich weiß es nicht. Oh fuck, ich bin gleich tot. Oder ich mache es einfach so. Achso, ja, alles klar. Mhm. Ja, toll. Hätte ich mir ja denken können. Ja, super. Was soll man wissen? Dass man einfach sich unterhink... Na gut. Kann man ja nicht wissen, ne? Ach, Mensch. Was machst du da? Ich möchte eigentlich da rüber. Knapp. Und jetzt? Jetzt werde ich sterben. Oh, Alter. Alter, wie gemein. Ich bin genau dazwischen gesprungen. Gefallen, ja. Ja, danke. Das war super. Grandios. Ja, das war perfekt. So habe ich das geplant, ne? Das wollte ich genau machen, ne? Ja, genau, dann wollte ich das nochmal zeigen, wie es, äh, gewesen ist. Irgendwie, ähm... Ja, Alter, was ist denn jetzt los? Meine Güte! Das leckt mich doch. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt lang muss. Wirklich jetzt? Ist das denn scheiß Ernst? Ach, der Pferde. Na gut, kann man ja auch nicht ändern, ne? So, ich, ähm... Unverdrossen. Ich habe irgendeine... ...Gerundschaft bekommen, oder so. Ach so, hier geht es gar nicht weiter. Das ist nur der Anfang hier. Hä? Warum quäle ich mich eigentlich so rum, wenn ich hier gar nicht hin muss? Oh, fuck. Oh, Gott. Alter, das war so eine Kreisläge. Was ist das hier? Ich traue mich nirgendwo rauf zu gehen, ne? Was mache ich denn jetzt hier? Das hängt. Na, super. Bitte jetzt nicht. Hängt das jetzt fest? Okay, gut. Damit ich denn halt da irgendwie raufkomme, ne? Oder? Oder auch nicht? Ich habe keine Ahnung. Hä? What? Hä, was soll ich denn jetzt hier machen? Schon wieder ein Rätsel, was ich nicht kapiere. Hm. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Das hat sich jetzt hier eingerastet, aber das Ding kommt da nicht rein. Ähm. Ja. Das muss ich jetzt aber nicht verstehen, oder? Das muss mich bestimmt nach oben befördern, aber ich habe keine Ahnung, wie das jetzt funktionieren soll. Hm. Nee, ich habe keine Ahnung. I don't know. Da komme ich doch gar nicht hoch. Hm. Da kann ich auch nicht wirklich was machen. Ich kann auch nicht schieben oder sonstiges. Da komme ich auch noch so hin. Da komme ich auch noch so hin. Alles klar, ich habe keine Ahnung. Jetzt hat sich ja so eine Ecke, wo man sich fragt, was wollt ihr von mir? Da komme ich ja auch nicht hin. Ich komme noch so hin. Aber ich muss da lang. Das ist aber die Frage, wie komme ich da hin? Ja, super. Oh, fick dich doch. Ist das dein Ernst jetzt? Oh mein Gott. Das ist so bescheuert einfach. Aber ich kann hier nichts machen. Also ich bin... Hm. Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht darf ich das nicht zu weit ziehen. Ich habe keine Ahnung. Hm. An was geht es da? Und ich habe es jetzt da eingerastet, aber ich komme da nicht hoch. Was soll ich denn da machen? Kann man es auch schieben? Toll. Gut zu wissen. Oh, das ist doch nicht... Das ist nicht dein Ernst jetzt. Ach, du Kacke. Okay, ich habe das nicht gesehen. Tut mir leid. Die einfachen Sachen... Ich habe jetzt gedacht, er ist tot. Ich wäre jetzt geflippt. Ich wäre jetzt echt ausgeflippt. Wenn der jetzt gestorben wäre! Ich bin hier. Ich bin hier. Nein, nein, nein. Fuck! Fuck, 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 fuck. Hier, Schnee! Irgendwohin. Bloß weg von der Seele da. Oder Zahnrad. Ist ja eher ein Zahnrad. So. Oh, oh. Kakerlaken oder so? Klingt ein bisschen danach. Ach du... Nein. Und da ist oben der Vogel. Aber hier sind leider auch diese Viecher. Irgendwas ist da passiert? Ein Getrangel oder so? So. So, erstmal Checkpoint. Whee! Was mache ich damit? Damit kann ich nicht viel machen. Da unten ist etwas. Wie drehe ich denn das jetzt um? Oh! Oh! Ich verstehe! Alles klar. Da ist Strom. Ich komme hier nicht hoch. Ich befestige mich mal hier. Und dann... Ich weiß ja auch nicht, was ich hier mache. Hm. Das war vielleicht jetzt... Ne, das war jetzt aber nicht schlau, ne? Jetzt ist der Strom weg. Was soll ich denn jetzt machen? Toll. Das war keine gute Idee eigentlich. Na ganz... Na ganz super. Ach du Scheiße. Jetzt sind doch die Viecher da unten. Yay! Kakerlaken-Alarm. Kakerlaken-Alarm. Die mich auffressen wollen. Pfff! Oh, das war knapp. Das war knapp. Aber wir haben es jetzt geschafft, Gott sei Dank. Yay! Endlich! Das, was uns geklaut wurde, haben wir jetzt wiederbekommen. Das ist eine... Das ist nicht immer eine Krabbe, das ist eine Spinne. Ich habe das im letzten Part, glaube ich, gesagt. Das ist eine Krabbe. Das ist aber eine Spinne irgendwie. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Sieht ein bisschen eklig aus. Oder eine Ameise? Ich habe keine Ahnung. So, das haben wir auch geschafft. Das bildet irgendwie einen Kreis. Das heißt, uns fehlen noch drei bis vier solche Dinge. Ach du Scheiße. Also sind es wahrscheinlich noch drei bis vier Kapitel. Würde ich mal vermuten. Wie viel ist genug? Okay. Da sieht man die Bilder. Alles verseucht. Tote Tiere. Das Wasser verseucht. Und das war's. Dafür habe ich mich jetzt gequält für die drei Bilder da. Ja. Alles klar. Jetzt ist die Frage... Wo sind denn die anderen Bilder alle? Es gibt ja noch Bilder, aber wo sind die denn jetzt alle? Ach du Scheiße. Jetzt geht das Suchen wieder los. Ich will einfach nur schon mal wissen, wo die sind. Weil... Ja. Damit ich das im nächsten Part nicht machen muss. So, das haben wir. Das haben wir. Und das haben wir. Da habe ich anscheinend nichts gefunden. Ich weiß es nicht. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Wo sind denn jetzt hier noch Bilder? Hm. Das verstehe ich jetzt aber auch schon wieder nicht. Wo sind denn jetzt hier noch Bilder? Da brauche ich gar nicht hingehen, weil da hat's keinen Sinn. Wartet mal. Vielleicht müssen wir jetzt doch nach links. Ich habe keine Ahnung. Wer weiß. Hier nach oben komme ich ja nicht. Das haben wir auch schon. Bergwanderung und so. Oh, bitte sag mir nicht jetzt... Ich muss jetzt wieder hier suchen. So zehn Jahre und ich finde wieder nichts. Aber der Weg, der muss doch einen Sinn haben hier. Der muss einen Sinn haben. Aber frag mich nicht warum. Da sind keine Bilder. Ach, jetzt geht das wieder los. Wo sind denn jetzt die Bilder? Nooo, nicht schon wieder suchen. Hm. Ist ja ganz wunderbar. Ich freue mich. Hm. Das ist ja komisch. Wo soll ich denn hin? Hm. Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung. Sind die schon wieder versteckt, diese Bilder? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hm. Ich glaube, ich suche in der Pause lieber was. Weil das bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit wieder verzweifelt suche, wo wir vielleicht mal hin können. Hm. Gute Frage, ne? Hier oben kann ja nichts mehr sein. Und hier war ich ja schon. Komisch. Das ist seltsam. Und da oben wird wahrscheinlich nichts sein, oder? Nee. Hätte sein können, dass die Kamera sich vielleicht ein bisschen so nach oben zoomt oder so. Aber das muss doch hier einen Sinn haben, dass das hier ist. Kann mir keiner erzählen, dass das hier umsonst ist. So. Hm. Okay, ich werde glaube ich mal in der Pause suchen. Sonst bringt das nichts. Der Part ist sowieso jetzt schon wieder, ähm, hat seine Grenze erreicht. Dann, ja, würde ich sagen, machen wir mal kurz hier einen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Und ja, schaltet dann wieder ein. Und bis dann. Und bis Center takt bitte nicht drauf gucken. Und dass, wenn sie fühlen. Klar. Da geht noch hin.